Man gibt mir 81 Jahre hier, 50 Stunden wochen Arbeitstier. Ich lächle so 13 Minuten pro Tag. Nimm jeden zweiten Sommer Urlaub mit, krieg 1,5 Kinder am Schnitt und 45.000 Brutoren im Jahr. Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich dich fühlen. Alles, was zählt, bezahlen konnte ich auch nie. Und immer wenn, wo man rennt, merke ich, wie sehr du mir fühlst. Doch alles, was zählt, das kann man nicht sehen. Ein Barcourt hat jeden Schritt erzählt, sagt, es soll schneller gehen, sonst wird's zu spät. Und erinnere ich dran, ein Schluck Wasser zu mir. Hab siebenmal nach Geburt sind gesucht. Und Amazon empfiehlt mir dieses Buch. Wo liegt der Sinn, wenn wir zwei uns nicht sehen? Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich dich fühlen. Alles, was zählt, bezahlen konnte ich noch nie. Und immer wenn der Tag an mir vorwattet, merke ich, wie sehr du mir wehst. Ich glaub, alles, was zählt, das kann man nicht sehen. Sie haben mich runtergebrochen auf sechs sind und zwei und zwölf Knochen. Sie können das Herz nicht mehr schlägt, wer berechnet den Herd. Sie haben uns runtergebrochen auf 30 Millionen Zellen und zwei und zwölf Knochen. Das eine Herz schlägt und sehnt sich noch mehr. Kiel, ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich dich fühlen. Alles, was zählt, bezahlen konnte ich noch nie. Und immer wenn der Tag an mir vorwattet, merke ich, wie sehr du mir wehst. Ich glaub, alles, was zählt, das kann man nicht sehen. Und immer wenn der Tag an mir vorwattet, merke ich, wie sehr du mir wehst. Ich glaub, alles, was zählt, das kann man nicht sehen. Und immer wenn der Tag an mir vorwattet, merke ich, wie sehr du mir wehst. Wow! Hier!